jetzt heute was geht ab leute hong hier hat leider ein keogel wird gemacht aber zum glück ist hier noch ein gar quasi gekommen glück sehr an mein erster jetzt kollege dennis hat hunderter bekommen glück muss an ihn echt verdient im gegensatz paar anderen ihr wisst wen ich meine direkt rein schauen wir mal ich habe schon ein paar videos gesehen dass der zu weit machbar ist mit der weiterentwickelung von seemoms also anscheinend ist das der beste counter hatte nur 50 sekunden die leute hier haben aber auch keine mir wird nur geowarts ausgesucht ich habe keine guten eiskunter und godoir letztens entwickelt schaut euch noch mal das video an los geht's zu 15 sollte der echt so schnell runter gehen bin da nur gespannt wie der zu fangen ist abgott ist auf jeden fall leichter als keogler daßling gleam fe ist geboostet deswegen einer und vier ist gut gegen dritte schnell wechseln ich habe mich so viele beleber wer ist gut gegen den drücken habe ich gar nicht dran gedacht in keinem der geiz wurde gut erwähnt noch mal wechseln das ist eigentlich auch ganz wenig schadens bonus ich habe gar nicht aufgepasst und hängt uns auch tot ich habe gar nichts gemacht nur hängen geblieben bin ich richtig richtig schlecht hauptsache drei bombungs und 20.000 so schauen wir mal okay 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 da steht bisschen komisch aber eigentlich muss es gehen Okay, bei dem ist echt leicht exzellent zu werfen. Es ist halt nur noch drin bleiben. Ich will nicht drin bleiben. Naja, dann halt nicht. Mir egal. Komm. Er hat aber schlecht geworfen. Ja okay, jetzt kannst du weg. Ciao. Naja. Ohn. 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 Oah. Oh. Ohn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war es von meinem ersten Rayquaza, beziehungsweise meinen paar ersten, kleine spontane Tour, haben wir danach noch gemacht. Rayquaza echt leicht zu besiegen und echt leicht Exzellent zu werfen. Problem, wo ich die ganze Zeit Exzellent werfe, bleibt er einfach nicht drin. Und Kyogia, wo ich am Anfang echt schlecht geworfen habe, ist drin geblieben. Echt komisch, ich muss mich da noch mit Rayquaza anfreunden. Ich habe ein Video gesehen, vielleicht analysieren wir das noch genauer, wo Leute den zu zweit besiegt haben. Und die waren gar nicht mal so klaus, also zu zweit sollte der echt kein Problem sein. Ansonsten halt zu dritt oder viert dann, bei normalen Rates, sollte so passen. Ich habe am Ende geschafft, jetzt noch einen zu fangen für den Pokédex-Eintrag, aber bisher noch keine guten RV. Wie gesagt, der Kollege hat bereits einen Hunderter, ein paar von euch, wie immer, 198, 96 am Start, habt ihr mich da fleißig markiert. Glückwunsch an alle, schreibt unten rein, wie es bei euch so gelaufen ist. Habt ihr schon Rayquaza, habt ihr schon ein gutes Rayquaza, wie viel RV? Das war es von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen, wie es ist ab, folgt mich auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon is serious business. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, wie es ist ab, vergesst nicht,